Das ist auf jeden Fall mal hier hoch, das ist schon so ein Drosser, das wäre jetzt mal schon cool. Da ist jetzt eins auf diesem Lager, der tut da ne Schucke. Dann gefällt es mal unsere Eule, würde ich sagen, dass wir hier alles markieren können. Na, sind alle da mehr im Zentrum. Ok, wo sind da echt ein paar Gegner hier? Da haben wir keinen mehr. Kann ich ihn auf jeden Fall ein bisschen schneller fliegen lassen? Da scheint keiner mehr zu sein, ok. Das ist eigentlich gerade so, den hier unten anzugreifen, wenn ich das mal gehen würde. Hallo? Wieso darf ich den hier? Darf ich den jetzt angreifen oder nicht, ne? Wieso? Wieso darf ich die Spitze denn auch töten? Darf ich den schon nicht? Ok, gut. Somit fällt hier ein spezieller Angriff mit der Eule weg, wie es scheint. Na ja, ist ja natürlich jetzt super. Ja gut, dann machen wir die Eule weg. Na so, dann... Was soll das denn unbemerkt hier gehen, frage ich mich gerade. Pultidium gerade im Ohr rum. Scheint so ein bisschen, hab ich das Gefühl. Sind das hier für Quellen, sind das schwer für Quellen oder so? Sind schon auf jeden Fall Mammut und verendet. Warte, wie viele Gegner hier sind. Guck mal, dass es sehr schwer ist. Hey, du hast einen Pfeil im Arsch stecken. Das macht nichts schwer. Warum ruft die jetzt schon Gegner? mentre Verstärkung... Schön nicht getroffen. Schöne, dass mein... Rein. Rein. Ein paar Pfeile machen. Können Sie mal bitte sterben? Oh Mann. Okay, dann nochmal heilen. Habe ich jetzt nicht. Scheiße, verfehlt. Ciao, ciao. Oh. Ciao. Au, Alter. Hier, kann ich auch. Der war daneben. So, hier ist keiner. Da ist keiner. Genau. Hey. Oh, schön in den Arsch geworfen. Merkt ihr, Außenposten wird man mit einer Nahe Penetration. 3 von 15, nice. Äh, was war das? Da war mein Tiger hier wieder am Essen. Ich würde gerne untersuchen. Aber wir müssen uns wahrscheinlich eh erstmal wieder schön... Ich rüste einfach mal auf. So, so, so. Gut, äh, dann können wir wenigstens ein bisschen Sachen hier auch sammeln können. Da war ich viel Leichen denn hier rumfliegen. Warte, fuh. Mams, mams, was? Wieso? Oh, Mann, wer kriegt da so eine Giftvergiftungsschein? Jetzt müssen wir die Gifte hier haben. Kann ich die Bären pflücken? Nee, ganz schön, ich schaue, ne? Alter, wie viel wir hier gekillt haben. Na gut, hier was? Du kriegst ein bisschen Hunger. Äh, wir müssen Hunger. Du kriegst ein bisschen Essen, damit du wieder gesund bist. Oh, ich hab mir jetzt gereicht. Na gut, ich hab's nochmal. Hier, wo kommst du plötzlich her? So. Ja, Looten ist sehr wichtig, wie ihr merkt, ne? Und das Looten nachher hier war ja der... ...große Haufen an Gegnern, die ich dann einfach gekillt habe. Ich erinnere mich. So, dann ist hier noch einer. Ich glaube, da oben drauf ist noch einer, ne? Oh, nee, den hab ich runtergeschossen. Okay, gut. So, dann haben wir jetzt das hier. Können wir hier noch was von brauchen? Brauchen wir nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen was von. Also hier brauchen wir auch noch ein bisschen was von. Hiervon auch. Da auch noch voll, das noch voll, das noch voll. Okay, alles voll hier. So. Okay, das passt alles scheinbar. Kann man nichts von tragen, kann man nichts von tragen, kann man nichts von tragen. Davon können wir noch was tragen. Bam, 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 so. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Scheintet das sich doch mal ein bisschen zu lohnen langsam hier. Aber Fälle bringen die einem immer noch nach Hause. Schade eigentlich. So. Gut, dann haben wir das Gebiet auch unter Kontrolle. Können wir hier noch das Gebiet machen. Dann müssen wir noch den Ort entdecken. Okay, wir werden noch mal den Ort entdecken, wie wir es sagen. Müssen wir in die Richtung. 300 Meter, okay. Okay. Okay, wir machen schon eine Fälle bitte mit. Danke. Die brauchen wir. Scheiße. Scheiße. Wir wollen hier schnell. Scheiße auf Gegner oder so. Das ist ein seltener Wolf. Hier. Aua, hier. Nimm. Natürlich 10. Da war die Schnauze, Mann. Gut, danke. So, hier ist auch noch mal einer. Au. Ja, schon, habt ihr schon geschossen. Shots erfeiert war das, ne. Also jetzt natürlich mein... Ja, Dingsum ist ja weg. Jetzt haben wir ja auch den Wolf. Das ist ja auch der seltene Rot-Hund. Hier und der seltene... Schwarze Hörger hatten wir noch nicht. Ich dachte, den hätten wir schon gehabt. Scheiße, dann hätte ich den ja gar nicht... Ich hätte ihn von 10 müssen. Leopard haben wir auch noch nicht. Ja, dann nehmen wir wieder den hier. Weil da auch noch einiges mehr Schaden. Das sind Affen, okay. Affen brauche ich nicht. Ich brauche selten Hirsche. Zwei ist eine Hirsche, ey. Die waren ja auch gerade da, aber sie sind so tot. Das sind nur Wölfe. Das sind nur Male. Ach, schade. Okay, ich weiß nicht, was du da gerade gemacht hast. Aber egal. Gut, wir gehen dafür jetzt viel lang. So. Ach ja, ich sehe jetzt noch eine Aktion. Ein paar Affen. Die können aber Affen bleiben. Ach, das war schon. Ich glaube, wir müssen einen Gegner töten. Nice. Gut, das war jetzt sehr schwer. So. Den Ort haben wir jetzt immer noch nicht erkundet. Nee. Warum nicht? Wir müssen hier irgendwie runter. Nee. Kann man denn da hin? Bevölkerung, haben wir jetzt schon 70. Das ist doch nice. Ziege. Gehen wir hier rein? Da waren wir schon. Ich gehe einfach mal hier rein. Ah, jetzt haben wir den Text. Was haben wir hier? Nichts irgendwie. Schade. Ich dachte, wir haben was Cooles. Oh, wir können auch das aufladen. Wusste ich gar nicht. Hätte ich das mal vorher gewusst. So viele Kills einfacher gewesen. So, haben wir das alles entdeckt. Dann haben wir noch einen Decknacht. Und dann haben wir da noch ein Lager. Dann haben wir hier wahrscheinlich auch noch jede Menge davon. Oh, ich gehe hier vor allem direkt noch ein Lager. Nehmen wir das und ich kann ihn aktivieren. Wollte ich mal sagen. So. Da noch ein kleines Dörfchen. Was habt ihr hier? Na ihr Bitches? Was ist das Lagerfeuer daraus? Das habe ich aber schon aktiviert. Jo, ich will keinen Stress. Okay, da war Stress gescheuert. Los, komm her. Bestie. So. So. Was ist mit dir? Äh, was sagt die jetzt noch? Erreich die Gefangenen. Ah, da kommt es noch direkt in Crest. Okay, die ist auch direkt in die Ecke. Okay, ja, kommen wir hier. Ja, kommen wir wieder hin, ja. Okay. Das war's. Eins, zwei, drei, vier, Gegner. Da werden wir noch ein paar mehr angezeigt hier auf der Karte irgendwie. Können wir einfach mal den, der wird da runterfallen. Ja, tut auch nice. Ich will die einfach nicht treffe. Kann nicht wahr sein. Ich will die einfach nicht sterben wollen. Oh, Junge. Erfolg, echt? Das war noch ein Erfolg? Weil ich da so einfach keinen Gegner getroffen habe. Soll ich losbinden und dich losbinden. So, dann sind zwei Dorfbewohner noch dabei. Mann, das war ja mal nicht schlecht. Es soll hier brennen, aber... So. Ich nehme noch mit. Egal. Äh, so. Wir sind hier. Ich würde gerne hier... ... und dann mal in die Richtung langsam gehen. Deswegen müssen wir jetzt mal nach hier. Jawohl. Wollen wir. So. Unsere Beutetaschen müssen... Unsere Beutetaschen müssen... Unsere Beutetaschen müssen eigentlich immer aufgefüllt werden. Soll können wir das noch machen. Wir machen da. Belohnung. Jetzt habe ich auch einen Quest direkt. Ich kann eine Quest anfangen, sondern eine richtige Quest. Was ist immer einer? Okay, das ist schon down. Haben wir denen jetzt geholfen? Haben wir einen Schatten? Nice. Gut. Okay, nimm dir. Nimm dir alles. Kein Problem. Gut. Verkaufung plus 2. Nice. Äh, so. Ich muss vielleicht mal in den Newplayer-Folge reinschauen. So, wie fahren wir denn? Wir haben jetzt vier Stück schon. Nice. Können jetzt Hüllenbeere und Dachse zähmen. Was will ich eigentlich noch machen, wenn ich ehrlich bin? Da acht Pfeile herstellen. Tiere markieren. Ist ganz nice, weil ihr jagt. Wir machen jetzt mal das zähmen. Komm. Ich will ja hier Pokémon-Meister werden. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne, Leute. Und als Pokémon-Meister, dass wir alle Pokémon fangen können. Und das schaffe ich nur, wenn es auch darf. Und damit habe ich mir gerade die Lizenz dafür gekauft. Ja. Pokémon-Trainer müssen sich Lizenzen kaufen mit Fähigkeitspunkten. Diesen Kampf mit den Pokémon kriegen. Oh. Da nochmal ein schwarzer Jaguar. So. Oh, lecker. Was ist der da? Hier, friss. Ich will dich zähmen. Ich will dich zähmen. Das nimm. Geht doch. Ich habe jetzt auf B gedrückt, aber egal. Also jetzt haben wir den auch hier. Jetzt ist noch der hier. Jetzt können wir die alle... Ja gut, hier müssen wir halt noch in den Missionen zähmen. So. So. Ach, da wird einer von unseren Leuten angerufen. Die verhalten jetzt plötzlich so viel aus. Wieso kriegt der keinen Headshot? Oh. Schaut, der läuft weiter. Ich bin einfach nicht Treffe. Geht doch. Oh. Sechs, vier. So. Mann, 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 Mann. Wie sieht denn unsere Ausrüstung aus? So, hier können wir noch ein paar Pfeile herstellen. Köder. So, da können wir noch ein bisschen herstellen. So, passt. Gut. So, warten eigentlich die die Mission machen, ne? Fähigkeiten. Wie fangen wir da noch eine Fähigkeit bekommen? Ja, wir dürfen die aber nicht skillen, weil wir da noch nicht vorher geskillt haben. Das Spiel das noch nicht merkt. Okay, was sollen wir hier machen? Untersuchen. Zervenger wurden für mich zu suchen in der Nähe. Okay, abzutieren. Scheint, sie sind hier verschleppt worden. Von Affen. Schnauze. Kann ich hier bitte looten. Ups, äh, oh Mann. Was ist denn mit Nielfühung? Was ist denn da? Ach, nur eine Pflanze, okay. Da, läuft uns das entgegen. Hab ich den gerade echt verfehlt? Wie viele Spiele habe ich jetzt in meinen 4 reingehauen? So, bitteschön. Was ist jetzt gemacht? Hallo, ja. Okay, ich spreche ins Lomo. Okay, Sondersitz noch weiter. Okay. Schönen wir es nicht hier weiter lang. Hier noch mehr Blut. Fühlst du uns jetzt da hin, oder was? Fragst du jetzt, fühlt ihr uns oder nicht? Bestien, ne? Okay, den kannst du auch nicht töten. Schön, dass er jetzt gestorben ist. Das finde ich jetzt schon ein bisschen ironisch. Äh, ja, hallo? So, äh, hallo? Ich würde gerne mit dir interagieren. Ein Dachbewohner bekommen, nice. Ja, weil doof hat gesagt, dass der halt jetzt hier reingelaufen ist, beziehungsweise die Wölfe, die nicht reingelaufen sind, weil er sich nicht verteidigt hat. Tja, she tapings, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. eens ins pra proyecttiteln. Tschüss. uuuuuuch.